Hallo meine lieben Freunde, es ist wieder mal Zeit für mein Let's Play von Donkey Kong 64 und ihr seht ganz richtig, ich befinde mich wieder in der ersten Welt, allerdings jetzt mit allen Kongs und die können sich hier auch noch ihre goldenen Bananen verdienen und nebenbei sammle ich halt noch die farbigen Bananen ein und ein bisschen Geld, was es halt alles hier noch so zu finden gibt. Und derweil sammle ich hier mit Lanky mal in dem kleinen Flussbett ein paar blaue Bananen ein. So. Oh, dann haben wir hier gleich mal ein bisschen Geld für Chunky, das würde sich dann gleich mal holen. So, aber ich glaube lieber erst ein bisschen später. So, wartet, ich gehe jetzt mal zu Cranky zurück, zu diesem großen Platz, da wo die Biber waren. Diese vielen Biber und da eine große. So, genau hier, ein Riesenbiber. Und zack, so, wir haben gleich mal einen blauen Ballon und eine Fünferstaude. So, jawoll. So, mal sehen, was macht dieser Schalter. Er lässt die Affen kreischen. Oh, und direkt bei dieser Kanone ist eine goldene Banane eingesperrt gewesen. Das geht jetzt aber, glaube ich, auf Zeit. Genau, 60 Sekunden. So, nein, lass du mich in Ruhe. Gebeg. Mann, du Arschloch, gebeg. Oh, so ein fettes Rindvieh. Ich hasse diese Biber. Die sind so scheißnervig. Und in ihrem gottverdammten Minispiel sind sie noch tausendmal nerviger. So, Lanky, bitte, bitte beeil dich. Beeil dich, habe ich gesagt. Spring hier rauf. So, da gibt mir wieder Grafikfehler. Was soll's? Drauf geschissen. Und ich bin schon da. So, mit Lanky geht es sich ganz gut aus. Wow, Leute. Ich habe ja schon 60 goldene Bananen. Ist denn das zu fassen? Das ist ja schon richtig viel. Also, ich meine, es gibt zwar 201 goldene Bananen in diesem Spiel, aber jetzt bereits 60 goldene Bananen zu haben, das ist wirklich nicht wenig. So, jetzt will ich mal gucken, wo gab's denn hier überhaupt noch Bananen für Lanky? Okay, das sind rote Münzen für Diddy. Ein Wunder, dass er sich die gar nicht geholt hat. So, ich schieße mich mal kurz hoch. Wuhu! Hoppla! Ja, hoppla! So. Hier geht es ja rüber zu Snide. Da ist auch wieder eine goldene Banane eingesperrt. Und hier oben habe ich gerade eine Fünferstalle gesehen. Da ist noch ganz viel Geld. Wow, wow, wow. Mein Gott. Leute, 45 blaue Münzen, das ist schon fast... Das ist auf jeden Fall jetzt schon zu viel Geld. Zu viel kann der gar nicht mehr ausgeben. Wahnsinn. So, mich irritiert nur gerade seine komische Anzahl an Bananen. Warum hat er 68 und nicht 70? Hm. Sehr eigenartig. Hm. Da gab es sicher irgendwo noch einzelne Bananen, aber ich ihm wasse jedenfalls mal nicht. Hoppla! 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 So, mal bitte mal hier ist ja die Wand. Wow! So. So, hier sind ein paar Grüne für Junkie und auch ein großer Felsen. So, da drüben ist auch wieder was. Ich weiß gar nicht, wo warten hier eigentlich Lunkies Blaupause? War die hier drin? Ich glaube, hier ist die für Donkey gewesen. Genau, hier war die für Donkey. Da hat sich hier schon geholt. Wow, da macht sich wieder seine Megaschockwelle. Hm, keine Ahnung, Freunde, wo jetzt gerade die Blaupause für Lunkie war. So. Ich habe oben noch irgendwie gar keine Bananen. Schade. Ich glaube, da waren überall gelbe Bananen für Donkey drauf. So, dann wechsle ich gleich mal noch auf Tiny, unser kleines Schweini. Ich glaube, ihre Bananen ist die hier drin. So, das heißt, sie hat es eigentlich gar nicht mal weit, aber sie wird vielleicht sogar am wenigsten Zeit haben. So, für Junkie gibt es hier übrigens direkt keinen Schalter, dem seiner ist nämlich etwas weiter in dem Tunnel da drin. So, ah, und für sie ist hier auch gleich ein Liederballon. So, wie gesagt, ich mache das mit den Bananen nur der Komplett-Head halber. So, und zack. Na, wusste ich doch gleich hier. Bananen. So. Und, wow, nur 30 Sekunden. Also, das kann man eigentlich gar nicht schaffen, wenn man sich hier nicht Bananen potiert. Ah, du Arschloch! Ich hasse dich! Die sind so verdammt nervig, ey. Das gibt's ja nicht! Ich wollte einfach weglaufen. Der hat mich da berührt. So ein hässliches Mistvieh. So, und geschafft. Da ist man schön abdänzen und... Jehe! So, geht doch. So, dann hat da drüben schon jeder Kong seinen Schalter gedrückt. Da fehlt eigentlich nur noch mehr Chunky. So, jetzt will ich mal mit Tiny nachgucken, ob hier nicht sogar was für sie war. Da drüben ist noch... Da drüben ist noch... Ich glaube, da war sogar Didis Blaupause. Oh, hier ist eine lila Bananenspur. So, da drüben ist dann was für Chunky. Hier sind nämlich ganze drei grüne Ballons. Ey, drei grüne Ballons. Das gibt's in der späteren Welt nicht mehr so häufig. So, hier ist eine Bananenfee. Das ist ja die zweite hier. So, ich hoffe, ich kann dich wenigstens mal gleich beim ersten Mal fotografieren. Juhu! Geht doch. Also die andere war da irgendwie nerviger in der kleinen Höhle da drin. So, wieder das Maximum um jeweils eins erhöht. Ich glaube, das erhöht sich jedes Mal um eins, weil jetzt kann ich hier 26 orangenen Granaten tragen, glaube ich. So, im Moment hat man einen Ballon. Wenn ich ihn treffen würde. So, und da ist noch jede Menge Geld und Munitionskisten. So. So. Wunderbar. So. Was war eigentlich auf der anderen Seite? War da irgendwas? Nicht, aber gar nichts. Hier sind sogar noch blaue Bananen für Lunky. Einzelne blaue Bananen. Ich glaube, dann hole ich mir erst mal die, weil da drüben ist dann auch noch was für Lunky. So, genau hier. Ah, hier ist Lunkys Blaupause. Okay. Wow, wow, wow. Vorsicht. Hier ist Lunkys Blaupause. Die habe ich schon mal gefunden. Die werde ich mir auch gleich mal schnappen. So, wie gesagt, alles muss hier wirklich sehr durchdacht sein in diesem Spiel. So. Also dann. Genau. Machen wir mal lieber den hier. So. Erst mal hier die einzelnen Bananen einsammeln. Also ich bewege mich mit Lunky irgendwie lieber so vor. Das sieht einfach besser aus und da ist er irgendwie auch schneller. So. 73 Bananen. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Da muss ich irgendwo welche übersehen haben. Das ist eine total komische Zahl gerade. So, hier ist jetzt eine. So, na warte. Und Breakdance. Oh yeah. Head twist. So, hier ist noch ein 10er Ballon. Und er hat wenigstens schon seine Bananenmedaille bekommen in dieser Welt. So. Und noch mehr Geld. Ey, das kann der doch gar nicht mehr ausgeben. Das ist unmöglich. So viel Geld braucht der gar nicht mehr. So, hier oben ist noch ein Fünferbündel. Dann vielleicht geht es sich da doch aus. Hier sind jetzt noch einzelne. So, da kommst eh nur du rauf. Und? Oh, toll. Ihnen fehlt ein Fünferbündel. Und hier ist ein Bonus-Fass. Okay. Und bitte, bitte kein gemeines Minispiel. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt? Schnelle Schwünge. Ach du liebes Bisschen. Hüpfe auf die Bäume und sammle alle Münzen. Ja, auf Zeit natürlich. 38. So wenig? Hey. Geh hier rauf. Achtung. Mannocch. Lanky. Lanky. Hallo. Mann, der Trottel springt schon wieder nicht richtig. Hey. Das geht ja gar nicht. Halt dich doch mal fest. Das wird nichts mehr. Du Vollidiot. Mann, was soll denn das? Wieso springt der hier nicht so richtig? Der knallt voll gegen die Blätter von der Palme. Ja, so. Du bist ein Trottel. So, neuer Versuch. Das war jetzt gerade voll crazy. Willkommen zur Bonus-Stage. Willkommen zur Bonus-Stage. Ja, ja. Trotzdem macht es mir keinen Spaß, hier zu sein. So, der muss irgendwie hier sofort ans Schwingen kommen. Hm? Na, mh. Du Vollidiot. Mann, Lanky. Das hat doch nicht genauso tun mit Junkie. Komm schon. Das schaffst du. Ja, geht doch. Ziel erreicht. Meine Fresse. Das war mal wieder anstrengend hier. Gibt's ja nicht. So, hier mit der Scheiße. Alle. So. Das war ja schon seine vierte Reguläre. Das heißt, er hat schon alle, weil die Blaupause muss er nur noch abgeben. Dann hat er schon seine fünf. Die hat er ja gerade vier gekriegt. Aber mir fehlt immer noch ein Fünferbündel. Also eine Fünferstarde. Wo ist die bitte? Die ist sicher auf irgendeiner Palme. Da muss ich mich jetzt kurz mal umsehen, Freunde. Das kann ich so nicht auf sich beruhen lassen. Das geht einfach nicht. Das sieht einfach kacke aus, nur 95 Bananen, wenn's 100 gibt. So, ich meine, ihr hättet bestimmt auch lieber gerne 100 Euro statt 95 Euro, oder? Also, ist halt so. So, vielleicht da drüben? Nee, hier war ja nur was für Donkey, unseren Monkey Monkey. Da drin vielleicht? Nee, hier geht's doch nur zu Junkies Bananen. Da geht's übrigens noch in einen kleinen Bereich, wo ich noch nie gewesen bin. Ah, und hier haben wir sogar schon Tiny's Blaupause. Es sind zwei Blaupausen in ziemlicher Nähe. So, das Tor kann eh nur Tiny aufmachen. Dann geh ich da als nächstes Mal mit Tiny hin. Aber wo bitte sind die letzten fünf Bananen für Lanky? Das muss eine Fünferstarde sein. Und du lässt mich mal in Ruhe, Fettsack. So, ich muss hier wirklich mal Ausschau halten. Ich vermute, dass sie irgendwo auf einer Palme sind, aber ich hab keine Ahnung auf welcher. So, das ist doch wohl zum Kotzen. Da dreh ich ja noch am Rad. So. Genug rumgesungen. Ich kann sowieso nicht richtig singen. So, komm. Nicht absaufen oder abtauchen hier. Ich bin hier Bananen suchen. Such deine letzten fünf Bananen, du Zirkusaffe. Was gibt's doch nicht? Wo sind denn die? Das ist doch zum verrückt werden. Nee, hier ganz bestimmt nicht. So, wow. Und er kann nicht mal richtig schwingen hier. Hm. Er ist da drin sicher nicht. Ach, Mann, oh. Wegen fünf bekackten, verkackten, bescheuten Bananen. Das wird immer typisch. Also hier jedenfalls nicht. Also ich glaub nicht, dass das noch Einzelne sind. Ich glaub, das sind wirklich... Das ist wirklich ein Fünferbündel. Eine Fünferstalle. So, hey. Hier sind aber noch was für, ähm... Hier oben vielleicht? Hier vor Funky? Oh nee. Auch nichts. Mano. Wo sind denn die? Wo sind die letzten fünf Bananen für Lunky? Unseren lieben Monkey. Hä? Wo? Na, hältst du dich hier fähig? Warum halten die sich eigentlich nie fest hier oben? Zieh dich doch hoch! Na also. Heilige Scheiße. Im Kanonenrohr. So. Nee. Auch nicht. Das gibt's doch nicht! Wo sind die Bananen? Wir müssen doch wenigstens irgendwo... Muss da nur in der Fünferstalle sein. Das kann ja nicht sein. Irgendwo. Hier oben vielleicht? Ich glaub's auch nicht. Nee, auch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Doch hier oben nicht. Nein, nicht. Wow. Nicht in die Kanone rein. Das versteh ich nicht. Hab ich da drin welche vergessen? Da hab ich doch alle. Da drin war ich doch im vorherigen Part. Also, da drin können die doch nicht sein. Hä? Hier? Ne? Hier waren welche. Und da? Also, nee. Ich hasse sowas. Jedes Mal. Wirklich ein Fünfer... Verdammten Bananen. Das macht mich manchmal wirklich so sauer. Warum? Wo sind die? Wer hat die geklaut? Das gibt's ja nicht. Hier 95. Das ist scheiße. Das ist Bullshit. Das ist dumm. Das kann doch nicht sein. Irgendwo müssen die ja stecken. Oder rumschweben, besser gesagt. Wenn die stecken würden, wäre das ziemlich eklig. So, hier. Warum gab's hier eigentlich unter dem Bonus fast nicht noch ein Fünferbündel? Dumm-di-dum-di-dum-dum-dum. Ah. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein. Hier bin ich doch auch rundherum gelaufen. Und hier war nur was für Tiny. Leute, das macht mich so sauer. Warum zum Kackfuck nochmal? Vielleicht sind die ja bei Cranky's Labor irgendwo auf einer der Palmen. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass die da sind. Anders wüsste ich's gar nicht mehr. Vielleicht hier auf irgendeiner Palme hier oben vielleicht. Vielleicht hier auf der... Weil hier sind zumal welche für Chunky. Komm schon, irgendwo hier oben. Bitte. Bitte. Ja, da drüben sind sie ja. Na also. Gibt's ja nicht. Hier die ganze Zeit. Her damit. Sehr schön. Damit wär's das für lange. Der muss nur, wenn wir seine Blaupause abgeben haben. Das mach ich offscreen. Zack. So. Unser nächster Glücklicher ist jetzt wieder unser riesen Baby Chunky. So. Der kommt, glaub ich, nur von hier oben zu dieser Fünferstau. Oder hier. Und der musste sich überhaupt total werden. Hier ist sogar noch eine Fünferstau für Tiny. Und das ist ja auch ein T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Und einfach viel zu fett. So. Da mal fünf. So. Irgendwo da drin im Tunnel. Da war jetzt hier eben der, glaub ich von mir aus gesehen, links der Felsen. Und da drunter ist ein Chunky-Schalter. Und ich weiß, dass er über den ebenfalls so eine Banane hinter so einer Gittertür freilegen kann. Aber der muss sich auch ziemlich beeilen. Vor allem, weil das hier hinten ist. Und der ja ziemlich langsam ist. Aber jetzt hol ich mir erst mal 30 Bananen. Wenn ich die Ballons treffen würde. So. So. Geht doch. So. Schön aufheben. Ich sagte aufheben. Vollhorst. Genau. Das macht mich sauer. Das macht mich so sauer. So. Genau hier gleich neben Snyte's Quartier. So ziemlich hoch oben. Oh, Banana. Oh, Mann. Und der hat nur 50 Sekunden Zeit dafür. Nein. So. Das geht sich doch never ever aus. Oh, Mann. Das geht sich doch nie aus. Und vor allem, der Timer läuft sogar weiter, während ich mich teleportiere. Schnell, Junkie. Junkie. Du isst mir nicht. So. Schnell hier rauf. Das kann sich ja nur ausgehen, wenn ich von hier oben ein Rückwärtssalto mache. Aber das wird doch nie was. Oder? Aha. Auf die letzten paar Sekunden. Yay. Yay. Supi. Huhu. Ja. Doch geschafft. Hehehe. Oh yeah. Junkie ist ja so cool. Er hat zwar nichts im Kopf, aber ist cool. So. Und hier. Nochmal 5er Staudel. Doch noch geschafft. Das heißt, das hat sich eigentlich jeder Kong so eine Bananen hinter so ein Gitter bekommen. Bei so einer Gittertür. Wow. Ja, genau. Jetzt mal abrutschen hier. Abflutschen. Abrutschen. So. Da war jetzt irgendwas. Genau. Hier geht es ja eigentlich in den Untergrund. Aber wartet mal. Hier. Wo war eigentlich bitte... Ich glaube... Parts ein bisschen länger werden zu lassen, dass ich mehr mit den ganzen Kongs erledigen kann. So. Hier ist wieder eine Bananenspur aus 5 Bananen und ein paar Munitionskisten. So. Jetzt habe ich wieder genug Ananas. So. Genau. 60 Bananen. Das ist eine schöne Zahl. So. Einfach hier den Felsen weg. Und jetzt ein paar Mal... Hey. Da war eine goldene Banane drin. Ist ja geil. Tja. Einfach so. 64 goldene Bananen. In Donkey Kong 65. Für Nintendo 64. Ist das nicht geil? So. Und hier jetzt einfach mehrmals eine Stampfattacke machen. Und zack. Wow. So. Wo bin ich denn jetzt? Ach. Du liebes Bisschen. Hier unten sind sogar noch ein paar Münzen für Tiny. Und ich. Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Wow. Hier muss ich gleich aufpassen, nicht abzustürzen. Hier sind Fünferstaden. So. Ich zoome mal lieber mit der Kamera ein bisschen raus. So. Oh mein Gott. Und ein riesiges Steinmaul. Cool. Und seine Bananen. Und wenn ich mich dem nähere, dann sind das gar keine Augen, sondern Ananasschalter. So. Da drüben ist noch eine goldene Banane. Und dort drüben ist seine Blaupause. So. Das heißt erstmal das rechte. Zack. Dann kommt er schon mal da rüber. So. Und das linke. Dann kommt er zur goldene Banane. Am besten, damit man da nicht runterfällt. Bei dem Typen da knallt man ihn einfach von hier aus ab. Und zack. Und das. Und besiegt. So. Und jetzt ganz schnell einsammeln. Jawohl. Jeder Kong hat in der ersten Welt seine Blaupause. Supi. Junkie. Was machst du? Du bist so ein Trottel. Oh Mann, ey. Junkie. Du. Du. Volltrottel, du. Was soll denn die Scheiße? So. Jetzt kürzen wir mal ab. He he. Abgekürzt. Voll verarscht. Ja. Jetzt kann ich das nochmal betätigen. Wie dumm ist das denn bitte? Bleib nochmal gedrückt hier. Gottes Willen. Ja. Hör auf mit deinem blöden Splat. So. Komm. Hopp. Hopp. Und. Na also. Geht doch. 65 goldene Bananen, Freunde. Ich hätte jetzt sogar, glaube ich, schon genug für die sechste Welt. Das ist ja kaum zu fassen, aber wahr. So. Für die sechste Welt braucht man, glaube ich, wirklich 65 goldene Bananen, um sie betreten zu können. Aber da fehlen mir noch einige Boss-Schlüssel. So. Jetzt kann ich hier raus und gehe dann ganz schnell auch mit Tiny hier rein. So. Wie viele Bananen haben die jetzt eigentlich? 75. Da fehlte mir auch noch einiges. Ich glaube, das bekam ich in dem einen Areal da drüben noch. So. Dem. So. Und. Boah. Voll den Kopf angehauen. So. Okay. So. Dann wechsle ich nochmal ganz rasch auf Tiny. Unser kleines Schweini. Du meinst, ich soll Tiny nehmen? Okay. Ich nehme Tiny. Du hast es mir gesagt. So. Hier drin ist erstmal eine Lieder-Bananen-Spur. So. Der ich gleich mal folgen werde. Und stirb. Du blöder Pieper. Du bist hässlich. So. Da drüben. Also hier drin ist nämlich auch noch was für Tiny. So. Wartet erstmal. Jetzt sammle ich hier die Bananen ein. Oh. Schaut her. Das war es schon. Das ist so blöd. So. Was haben wir hier jetzt? Hier war was für Lanky. Dann stirbst du erstmal. Und hier drüben ist noch was für Tiny. Ein Bonusfass. Oh nein. Ich habe hier kein Bonusfass. Ich mag keine Bonusfässer. Das ist nicht mehr so fies. So. Und. Schwubbidiwupp. So. Was kommt jetzt? Willkommen zu Bonusfass. Puhl Panik. So. Sammle alle Münzen. Aber hüte dich vor den Seesternen. So. Wieder mal auf Zeit natürlich. Zehn Münzen im Schwimmen einzusammeln ist auch nicht gerade einfach. So. Vor allem da hier Seesterne sind, die mich angreifen. Aggressive Seesterne. Scheinbar die schlecht gelaunte Familie von Patrick Star. So. Hier muss ich jetzt ein bisschen langsamer schwimmen. Aber nicht zu langsam. Oh. Es geht auch so. Äh. Äh. Ne. Eben nicht. Langsam Tiny. Langsam. Kriegst doch sonst die Münzen gar nicht. So. So. Eine noch. Schnell. Wo ist die? Oh. Die ist da unten. Verdammt. Schon schnell. Ach. Geschafft. Well done. Und Tiny seufzt ab. Ne. Doch nicht. Glück gehabt. So. Und. Schwuppidiwupp. Jawoll. Aber hier fehlen immer noch ein paar reguläre Bananen. Und Junkie fehlt auch noch eine normale. Die Blaupausen haben jetzt zum Glück schon alle. So. Und zack. Ah. Moment mal. Ne. Quatsch. Tiny hat ihre Blaupause ja noch nicht. Aber die holt sie sich gleich mal. Und dann werde ich aber einmal diesen Part auch beenden. Ich werde da noch das eine Tor da drüben öffnen. So. Komm schon. Na. Ne. Nicht an die Palme springen. Ich will mich doch einfach nur schneller fortbewegen. Lässt du mich wohl in Ruhe? So. Du kommst jetzt mal her. Du stirbst jetzt mal. Und fuck. Kein Twister. So. Oh yeah. So. Und hier machen wir jetzt noch schön das Tor auf. Und im nächsten Part geht es dann hier in diesem kleinen Areal noch weiter. So. Hier haben wir zum Beispiel die zweite Fünferplatte zum Teleportieren. So. Und ein Bärchen. Gittertor geht auf. Und hier sind riesige Palmen. Und da sind sogar noch ein paar Bananenstarten für Junkie. So. Hier ist sogar ein Junkie-Fass. So. Gut, Freunde. Dann mache ich hier genau an diesem Punkt mal Schluss. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Mit Tiny komme ich zum Beispiel noch in diesen komischen Bienen- oder Wespenstock da rein. Aber das alles dann im nächsten Part. Macht's gut, Freunde. Ciao. Ciao.